Vier Wochen erinnern, da habe ich zu dir gesagt, wenn ich das dritte Ding drauf habe, hole ich mir die S wieder, weil wir ja dann schon tausende von den Runden Sechser gefahren sind. Ach der Mensch. War gut. Also jetzt habe ich hier auch gerade die Visieranzeige. Was siehst du? Mit 100% aber ich habe keine, also Reloadszeit steht jetzt noch nicht da jetzt, vielleicht kommt es ja noch. Ja, die kommt. Da muss ich mich halt daran mal gewöhnen und das Corsair. Die Visieranzeige habe ich jetzt nämlich auch noch nicht. Das ist das, was wir in Farbe hatten, so ungefähr. So sieht das jetzt eher aus. Ja, ungefähr. Gut, jetzt schauen wir. Wo fährt man denn hier lang? Also ich fahre generell, was nicht so panzert ist, fahre ich gerne am Strand lang. Aber nicht ganz unten, sondern auf der Achterlinie und halte mich da aber zwischen den Häuser so ein bisschen. Ja, es kommt aber auch viel über die 1er 2er. Ja, aber das können ja unsere Achter machen. Ja, ich sehe es gerade. Also das Fadenkreuz ist aber auch sehr... Das kann doch nichts werden. Das Fadenkreuz ist aber auch angenehm, muss ich sagen. Hast du das, ja? Ja, das ist halt nur dieser grüne Kreis, ne? Ja, genau. Hat auch was. Ungefällt mir, der Schwuchtel, der macht keinen Platz, ne? Ungefällt mir, muss ich auch was haben, wie diese Lila ne Scheiße da. Welche Lila ne Scheiße? Ja, das, was Ult hatte da, was wir die Tage reingedrückt hatten. Oh, das finde ich eigentlich egal. Also mit dem spiele ich momentan. Geht eigentlich. Ja, aber da habe ich mir gestern oder vorgestern, oder irgendwann habe ich mir gedacht, oh, irgendwie, boah, pff, Lila in dem Kriegsspiel. Das ist richtig geil, Alter. Richtig. Ach, da kommt er ja schon. Na komm, hau rein, ihr 112er-Junge. Spuche. Er schießt einfach nicht, ne? Oh, da, jetzt kommt da unten die IS-3er noch, Alter. Der T-26 ist so überfordert mit der Gesamtsituation hier gerade. Gut. Wo ist, du kennst die Stelle schon? Ich kenne die Karte gar nicht. Ach so, oh, sorry, ja. Also hier, wo eigentlich hier vorne an diesem Haufen. Ja, ja. Einen, ein Zwerg. Jetzt kommt hier Chiri rum. Okay, können wir uns mal um Chiri rum. Ja, die IS kommt und nimm mich in die Zange. Könnt ihr gerade nicht durch. Der kann da nicht durch. Wo ist der Chiri? Da steht hier auf neben mir. Ketzt dich gerade aus mit seinem Tracks-Auto-Loger. Geht erst mal Kreuzfeuer, ja. Er hat zwei gefeuert, hat er. Wird da gleich wieder nachgeladen mit seinem Tracks-Auto-Loger. Eine Sekunde, nehmt schon raus. Ah, ich mach' ihn nur voll. Geil. Unser 102er braucht Hilfe gegen IS. Ich weiß, ich komm nicht durch. Hör' ich. Aber wir kommen jetzt von hinten an. Echst hin? Ja. Ach, mir machst den Motor kaputt. Bist du doof, oder was? Gut, rege ich mal Hoppi. Oh, hier ist sechs. Da kommen die vier an Fast-Zonen auch von hinten. Komm gleich rüber, Trant haben wir geräumt gerade. Ach ich sehs, komm aber die T-Ds kommen ja auch noch, ah einer ist da drüben, gut. T-44. Ja ich geh richtig ran an den T-44, die lassen die noch, da ist die ISU, hau ab. Ja der kann natürlich jetzt machen mit uns was er will hier, ne, ne, jetzt kommt er wieder. Er hat verschossen, Tank kaputt, bei ihm, der Tank ist getroffen, was sie sehen aber, ja die hat geschossen, Jogungstreffer an der Seite hinten, kann nur Tank sein. Ja du gehst jetzt zu Barsch ran, ich kann dich nicht supporten, das ist gleich. Ja ich bin jetzt am Brotten und Pershing dann gleich dran. Schön, passt schon, hallo Dude. Pass auf die ISU steht auch noch hinter mir im Heck. Ja ja komm mal wieder zurück, komm mal wieder zurück. Pershing kommt zu euch. Da kommt die ISU, die ISU hat geschossen. Ach du Scheiße. Ich fahr ran. Warte mal, nimm die Mafi. Wie viel, sag mir, mach mir mal ne Nachladezeit von der. 5 Sekunden noch. Durch die Scheißkette nicht mit der Trab. Pass auf, ich nehm die Kette von mir runter. Ne, hab ich nicht geschafft. We've damaged them. Animal is hit. Gott sei dank ey. Ich hätte jetzt A gleich schießen können. Ich bin so gefahren, das ist... Ja, Brot bin ich schon dran, T26A. Ich fahr dem grad hinterher. Hm, meine Puppe ging grad ein bisschen, ey. Ja, Pirsching hat auch noch, he. Ah, der hat auch noch tausend. Wir nehmen erst den Brot raus, würde ich sagen. Weil der hat nicht mehr an zu viel. Pirsching ist hinter uns. Hm, wir nehmen den Brot raus. Komm ich nie wieder raus, hier. Irgendwo hier, ja. Irgendwo. Warte, das hat uns gefällt mir. Sehr gut, sehr gute Idee, Puppe. Danke. Ja, ist kein Problem. Wird, ich fahr von links ran. T26 bringt deine HP jetzt ein, du Vogel, Alter. Gott, ist denn noch 900 dran, ey. Ich bin im Brake Munition, ja. Ich auch nicht. Jetzt müssen wir jetzt so irgendwie reißen, die Geschichte. Sonst... We've damaged them. Target acquired. Let's look at another target. Hat geschockt und hat. Ich bin T26. Enemies hit. Enemies hit. Enemies hit. Enemies hit. Enemies hit. Ja, nochmal, Alter. Aufzufahren, da. Nein! Oh, der hat gibt's mir voll, Alter. We've damaged them. Bestmark weg. Okay. Puh, 3200 damage. Nur 5. 900. Aber 2 kills. Ja, du brauchst noch einen. Und überleben alle. Naja, das könnte eng werden bei mir. Ja, der hat bei mir. Guck mich doch mal an. Ich hab irgendwas noch unter 5,6. Wir sind alles Wönsche jetzt. Ja, natürlich. Also Pari. Na, mal lokalisieren, wo. Die Hellcat lebt ja auch noch. Ja, ja, natürlich. Der hat da hinten den Purshing schon bei... Warum ist Purshing schon bei... Ja, ja. Der hat jetzt Kreise gedreht. Weil der Purshing ist nur mehr nachher gefahren. Okay, da ist der Purshing. Ich brauch mal ne Anzeige. 1100 hat der war mit mir noch. Hat er. Hat er. 1100 hat er noch. Hat er auch noch. Verdammt. So, wir sollten jetzt zusammenbleiben nur. Äh, wir müssen noch ein bisschen Kreuzfeuer machen, Loic. Weil dumm ist der nicht. In seinem Purshing. 1.600. Ja, der ist genau so schlockig hier. Warte mal. Ich verschiebe mich mal hin. Ach, scheiße, der ist zugebaut. Ach, f*** mich doch, Mann. Wer macht denn sowas? Scheiß, wo er geht? Nein. Bist du nämlich schon zu weit vorne? Er hat mich noch nicht gesehen. Mich hat er gesehen. Aber ich stehe sicher. Na ja. Wart's zurück. Leider zurück. Leider zurück. Da ist er. Fein. Feint der nix. Macht nix. Ist egal. War mein Fehler. Wobei ich aber zurückgefahren bin. Ja. Ja, aber nicht weit genug. Ja, ja. Wie kann der denn verschwinden, Alter? Wie kann der verschwinden? Das verstehe ich jetzt nicht. Boah. Alles voller Fahrt, ey. Ohne geht's hier, würde ich sagen. Unser T-26 ist komplett überfordert mit der Saison. Mann, hau rein na, Junge. Wir schlocken lassen. D-26. D-26. Okay, 6-0, wir fahren zurück. Du hast keine Festung. Ach. Leider natzen jetzt. Ja. Purschen nimmt den Super Purschen jetzt raus, wahrscheinlich. Nee. Hat ihn noch ganz minimal stehen lassen. Aber jetzt sind wir dafür raus. Ja. 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 eins schon. Ja. Ja. Ist schon. Also da war mal eine Runde. Ja. Ich habe nicht oft mit nem Kometen. Was ward und das bei WM8? 12.000. Und... 12.000 und 9. Ich muss mal eben kicken. Statistiken anzeigen. 3.800. Rückenkomet. 3.800. Höchster Schaden. Ich denke, er wird doch. Gleichzeitig noch die beste runter. Das war auch mein Maximum, was ich bis jetzt erhalten habe an Erfahrung. 2.300. Bei meinem Rekord. Aber halt, 8 Kills habe ich bisher noch nicht mehr geschafft. Ey, ich habe den Chiri vorne reingeschossen. Und habe den im Motor gekillt. Hat der Motor vorne, der Chiri. Den Chiri. Mal kicken hier. Chiri da. Ne, den habe ich gar nicht seitlich. Ne, Frontal hat den in die Uhr getroffen. Ach, ich habe ihn nicht bei dem T-44 im Treibstoff Tank getroffen. Ich habe meinen Motor zerschossen. Ach, der Motor. Ach, der Motor. Ach, der Motor. Ach, der Motor. Ach, ich habe ihn mit dem Tum kaputt. Ja, mal die Drehung jedenfalls. Hm. Beim Pershing reicht die Kette nur. Oh, was war denn das für ein Pfeifenkopf? 1400 mit einem super Pershing. Hm. Na gut, man kann ja mal so sagen, also ISO hätte mehr machen können, ja. KV4 hätte mehr machen können. Beide sogar. E32 hätte viel mehr machen können. Ja. Und der 12er genauso. Auf jeden. Und eigentlich auch die Hellcat. Aber das ist doch mal situationsbedingt, ja. Ja, Hellcat. Ist nicht so einfach mehr. Mit der Hellcat in dem Achter ist wirklich nicht einfach. Ne. Habe ich mich auch immer sehr schwer angestellt. Weil du hast einfach mal Angst mit der Hellcat. Weil du bist einfach ein sorter Bonshot. Ja. Wenn es eine Hyrule ist. Wer ist denn da gekommen? Ja, ich. Ja, ich. Ja, ich. Seid ihr bescheuert oder was? Ach. Ich, die Bitch oder was? Der Getter. Also der Dings hat auch keine Ahnung, was es sein kann. Ja, Old? Old, ja. Was, was sein kann. Ach so, hier mit deinem Fahnenkreuz jetzt. Dass der Counter, dass der Reload-Counter nicht da ist. Und hast du jetzt mal probiert nochmal? Na, ich habe jetzt mit dem neuen, ich habe jetzt mit dem neuen Excel, habe ich jetzt nur die Einstellungen drin, die ich auch sonst habe. Also nichts zusätzliches, auch jetzt momentan noch kein Minimalistik. Jetzt will ich erst mal schauen. Vielleicht ist es ja jetzt wieder da. Man weiß es ja nicht. Okay. Ich denke, die Runde werde ich Highlighten auf jeden Fall. Ja, natürlich. Das war doch jetzt gut gespielt von dir. Das war jetzt... Eigentlich von uns auch gut. War okay. Also mit der ISO, das war eine einzige Schicht, ey. Ich habe beim ersten Schuss nicht die Kette getroffen. Ich wollte ja die Ketten. Ja, ja. Weil die Kette ist ja klar. Und habe aber nicht die Kette getroffen, und habe ein kleines Stückchen neben das Kettenrad getroffen. Und der ging aber sauber durch. Und das muss aber schon... Da war doch auch was an der ISO kaputt. Da habe ich auch irgendwas zerschossen bei dem Treffer. Ja. Echt, ja? Ja. Der Motor oder was? Ne, ne. Bei der ISO habe ich die Kette orange geschossen. Ne. Tank. Tank und Kette. Ja, hätte sie ruhig nochmal einen Tank treffen können, ja. Ja, klar. Hätte ich. Aber ich habe sie ja mit den zwei Schuss dann auch rausgenommen. Du hast sie getroffen. Irgendjemand anderes hat sie noch getroffen. Ich habe sie dann halt mit zwei rausgenommen. Ja, genau. Fünf Schuss sind bei mir da drin, ja. Aber es ist schön, dass sie sich nicht entscheiden konnte, wen sie nimmt, ja. Sie hätte sich hin und her gedreht. Sie hätte mich einfach nur finishen müssen und dann dich an der Hausecke abscheren. Ja. Ne, war ein schönes Battle. Spannend vor allem. Ja. Spannend bis zur letzten Sekunde halt, ne. Auf jeden. Weil das stand ja trotzdem noch recht kipplich. Jo, mit dem Pershing, ne. Der Pershing hat ja noch so viel. Das sind halt die schönsten Gefechte. Der Pershing hat dann doch noch was genommen am Ende. Wie, was genommen? Der ist unser Superpershing. Der hat dann am Ende doch noch ein bisschen was eingesteckt. Ja, muss er ja. Also es war dann nicht so, dass er sich dann da gestanden hat. Versteckt hat, ja. Ne, er hat sich ja dann auch wirklich angeboten als Achter. Was ja auch nicht alltäglich ist, ne. Das stimmt. Achter dann vorfahren und die Treffer nähern. Ne. Hat er den auch weggemacht? Ne. Ne. Ausgeschalten hast du den dann. Den Pershing. Ne, ich meine, der Pershing, der lebt ja noch blöd. Ne, ne, ne. Der Superpershing hat er auch noch gelegt. Der hatte noch 33. Oder so. Also viel war es nicht mehr. Ja, der hat Glück gehabt, dass er auch noch zweimal gebounced ist. Ja, Kette. Immer hat er in die Kette getroffen und einmal hat er abgeprallt. Ich hab's echt 6 Treffer kassiert. Voll komplett. Brot. Kettebeschuss. Okay. Ja, die Tigerkanone ist schon wirklich geil. Also es ist wirklich so, wie die alle sagen. An dem Tiger ist nichts besonderes. Im Gegenteil, es ist alles scheiße. Aber die Kanone ist richtig geil. Ja, was schießt die? Alle 5 Sekunden? 4 Sekunden? Ich schießt alle 5,5. Ich hab aber noch nicht Brothers in Arms drin. Okay. Und ansonsten hab ich natürlich alles drauf. Überlegt hab ich schon, ob ich den nochmal hole. Lüfter, Ansetzer. Und der hat ja einen kleinen Buff gekriegt bei der Milozeit. Und Lüfter, Ansetzer und dann noch Brothers in Arms. Wenn ihr dann noch Schokolade mit reinpacken müsst. Dann war die Sache natürlich richtig interessant. Weil dann kommst du irgendwo bei 4,8 Sekunden denk ich mal, kommst du irgendwo an vielleicht. Boah. Alter Schöne. Ich weiß auch nicht, was hab ich denn jetzt nicht? 3,8? Und. Da komm ich jetzt. Warte mal, ich hab doch Schokolade auf Lager liegen. Oder? Hab ich die? Ja, hab ich doch. Schokolade. Hab ich doch auf. Ja. Da kommst du ohne Brothers in Arms. Kommst du dann ja schon bei 5,4. Na gut. Wir haben Spezialgefecht. Das ist interessant. Na gut. Da kommst du ungefähr auf 5 Sekunden. Na gut. Dann hast du mal durchgerechnet. Hm. Da kommst du ca. auf 5 Sekunden Nachladezeit. Ich sag mal so alle 5 Sekunden so eine 240er Schelle. Hm. Okay. Dann hast du ja auch die 1500 Hitpoints, die du ins Spiel einwerfen kannst. Ja, wenn du ihn dann auch richtig stellst, dann hast du ja eigentlich, also wenn er richtig schräg genug steht. Mhm. Dann prallte Robert weg. Ich leute. Funktioniert? Ne, ne. Ne, ne. Wie, jetzt funktioniert sogar, jetzt funktioniert wieder kein Fadenkreuz? Ne, das Fadenkreuz funktioniert schon, aber das Problem ist halt. Mhm. Ich will, ich bin vielleicht ein bisschen zu komisch, aber ich will dieses normale Standard-Fadenkreuz mit meinem Reload-Timer. Ach so. Was anderes will ich gar nicht. Bloß das Problem ist halt. Ich wüsste halt nicht, was ich jetzt hier rausnehmen soll, weißt. Ja, gibt's den XVM nicht so, dass ich nur XVM anhab? Na klar, kannst XVM so runterladen. Ja, aber wie installiere ich das dann? Äh, das ist die andere Geschichte. Ja, siehste? Das ist bei mir schon mehr zu lange her, musste ich jetzt mal überlegen. Ja, ja. So, und das Odemortenscheiß, das gefällt mir eigentlich nicht so. Ich weiß nicht, der Blue, der hat noch ein anderes, nicht von Odemortens. Der hat noch ein anderes. Dichlorid bestimmt. Ja, genau, ja. Was, ja, das will ich mir jetzt mal anschauen, ich schau dir das überhaupt aus. Wie heißt der? Dichlorid? Dichlorid. 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 Dichlorid sieht ja gleich voll scheiße aus, das. Krass halt. Ach, bestimmt so komisch bunt und blau und so. Oder was? Ja, das sieht so aus wie so ein futuristischer Rotze da. Kannst du mir mal einen Link geben? Von was? Von dem Mod? Warte mal. Mindestlohn für Taxifahrer. Taxifahrten werden sofort um 20% teurer. Echt? Gut, dass ich komm, Taxifahrer. Taxifahrer ist so schön teuer wie's sein. Ist im TS. So witt. Von der Depock oder was? Nein, nein, du musst runter scrollen, dann hast du's. Ich hab mir grad mal ein paar Screenshots an. Äh. Das ist mir aber schon wieder zu bunt. Hotpack 942 mit alles unscharf, ja? Äh. Das ist, ja, aber wenn du mal auf Screenshots gehst, das ist alles viel zu bunt irgendwie, das ist so. Das ist so. Also mir wär's schon wieder zu fälle. Zu komisch. Oben weiß Screenshots, ganz oben. Oh, er geht schon wieder sehr, wird mir schon schlecht. Ja, ja, eben. Das ist zu bunt. Das ist, ja, das ist, äh, das sieht kacke aus. Das ist von Dings her. Mann, Gymbos. Ja. Na ja, das... Ich find, das sieht einfach nur total scheiße aus. Kann mit diesen Punkten immer nichts anfassen. Anfangen, mein ich. Ein Haar. Ein Hektar oder was? Ein Hektar. Eine Stunde. Bei den Fahrzeugen? Ja. Dann siehst du, wie lang der Spieler das Fahrzeug schon spielt. Aha. Da kann man sich auch anzeigen lassen, na gut ab. Das ist ein Bezahl an den Fahrzeugen. Das ist einfach nicht eine Fährung. Wie lang? Amigen. Und da. Und da ist nicht das Fahrzeug. Die Fahrzeugstattung. Nachdem. Siehst du, wie lang. Ja, ich muss mal. Irgendwie sagt mir das nicht so zu. Meinst du das Modpack? Ja, ich glaube es. Ja, ich finde das dann auch bei den Namen und so, bei den Fahrzeugen alles so bunt. Das ist ja bei olden Models eigentlich nie anders. Ja eben. Ich sag ja, oldschool sein ist sicher gut, weil es halt wirklich relativ einfach gehalten ist. Einfach, easy. Ja. Nicht zu überladen. Genau so muss es sein. Einfach nur nicht zu überladen. Ja, wo soll denn, hau den mal an. Er ist Feuerlöschers. Boah, alles. Boah, alles. 10 Spiele mit dem Komete macht und 7 gewonnen. Gut. 1500 im Schnitt ausgeteilt pro Runde. Ich muss. 113. 15. 50. 30 Stargebeast. oh alter ist doch witz oder ach ich stehe hinterm berg bei mir kommt minimals was drüber und mir gibt der kv2 gleich meine monster schiller natürlich mit 500 oder so naja natürlich natürlich ja musik jetzt minimal ist die große herausnehmen oder ja und er braucht mich acht ist doch klar diese rote miss juden sau also diese dreckige ich hoffe du hast das stream aus nein habe ich nicht schade guck dir mal zu warte und arnold herzlich willkommen nein wir sind nicht flame wir sind aber ich stehe arty safe wo steht er denn dass er mich bitte treffen konnte stand der über mir oder was dreckige hobbits da alter wo bist du diese endkreis anzeige da gerade aus ja gleich ja wenn irgendwann fertig ist aber ich verstehe es nicht warum ich diese reload warum ich das wenn ich im mod habe wenn ich mal aus habe warum es da funktioniert minimalistik hast du doch angemacht jetzt habe ich es ja wieder an ja das ist genau gute frage das ist der springende punkt theoretisch müsstest du jetzt komplett entfernen und dann stück für stück eins nach anderen einsetzen nee und dann wieder installieren das habe ich eben schon gemacht das habe ich ja eben schon gemacht mein freund ja nee also du hast ja eben jetzt erst aktiviert diese minimalistik gut jetzt funktioniert ja wieder jetzt habe ich aber auch das komplette minimalistik cross her und jetzt ist sie hin und selbst mod komplett entfernen startest das spiel noch mal guck es noch mal nach sollte eigentlich dann wieder richtig sein und dann kannst du wieder hingehen und sagen was da haben willst beim installieren deswegen meine so wie jetzt ist bald funktioniert angeklickt komplett mod entfernen drücken bei seiner installationsroutine denke so vergisst ja irgendwo was wegzulöschen weil er nicht weiß in welchem wo er war an wie wartet an und was dann noch mal drüber immer noch mal ist das ist schon klar so jetzt startet das spiel nochmal neu jetzt habe ich komplett entfernt vielleicht müsste ich jetzt dann auch einfach nur mal neustart machen wartet vom spiel nicht vom rechner nein quatsch brauchst du nicht naja eben drum aber der teufel ist ein eichhörnchen weißt du wie es ist bringst du wieder hoch und beißt dich in den sack ja das ist nee brauchst du nicht das ist nee nee ich glaube jetzt fahrt viel schlimmer mit um 10 ey vielleicht ob wir jetzt auf mit dem 8 da so jetzt fahr ich noch mal ohne mod ja und schon ist wieder da der counter was dann näher ohne mod mit mod war jetzt auch da ja aber in die ja da hast du doch den kaum damit ist mit dem minimalistik genau und jetzt hast du den deinstalliert und jetzt hast du den counter auch wieder da genau das ist ja aber jetzt ist ja der komplette mod deinstalliert ja jetzt installierst du den mod wieder weil du hast ihn ja deinstalliert ist ja alles weg ja normal schon es dürften keine einstellungen zu sehen sein standardeinstellungen die du hattest genau und jetzt müsste ich minimalistik einfach ganz normal rausnehmen in der installationsroutine das war kein unterschied hier ja ich fahr jetzt hier mit oh alter ich gehe kaputt was macht ihr fvr junger wo willst du hin fv tollenspiegel 1454 w nach unglaublich wie die sich schon wieder hinstellen bettschät wird hier oben kommen bei selbst wenn ich äh ach so wie hat er nichts mit dem mod zu tun scheiße ich wollte gerade sagen weil selbst wenn ich in der Pfanne bleibt die Minimap und das halt fahr weiter M103 du schmuchtel ey ist das ein wichser ne der M103 anna der er lässt den petten drauf gehen nir 7 nur fein 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 was ein dreck so jetzt kommt hoch oh gott �� du jpp es ein vor allem zu du 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 je du es ist da ich erst mal schnell in ihr sieben rosen mein team alter ist vollzenvoll dieses dreckige folgt alter bekommen wie kann man denn so scheiße spielen mann komm du schwuchte auch ist das eine botarmee ach ist das lächerlich naja der budget der geht wirklich auf mich anstatt drei mann guckt nach vorne jungen ausrasten ja leg dich mal ruhig an mit dem ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was habe ich denn, wenn ich Teil 3 abgeschlossen habe? Fehlte Optik und eine große Ersatzkiste. Sein ist Waffenstillstand. Was muss ich da machen? Das war nicht wahr, ey. Ich kriege wieder drei Tage Premium und bin nicht da. Wo bist du denn? Eine Zelle. Passage. Okay. Ach, ist doch scheiße. Was montierst du denn? Pumpen. Was? Abwasserpumpen. Ach, Abwasserpumpen. Außer kleine, mittlere, anders mögliche. Jetzt habe ich es wieder nicht. Schauen wir mal, wenn das Spiel jetzt losgeht. Ja, dann wüsste ich jetzt auch nicht, was ich jetzt hier noch machen soll. Es regt mich einfach nur noch auf. Geht nicht oder was? Ja, jetzt läuft der Counter gerade, aber ich sehe schon wieder gerade überhaupt nichts am Anfang. In drei Sekunden. Ja, am Anfang ist klar. Das gibt auch nichts. Ja, wieder keine Zeit. Nur den Kreis. Also das Einzige, was ich machen kann, mein Rest Mods Ordner mal irgendwann packen. Und den hochladen, dann schiebst du den bei dir rein. Ja, da habe ich ja auch wieder das Minimalistik-Cross her. Du fährst ja mit Minimalistik beziehungsweise mit Old Sign, das hat ja keinen Nährwert. So, da siehst du alles. Ja, das Problem ist, ich habe jetzt auch im Gegensatz, du hast ja sonst normalerweise bei dem, wenn du das Standard-Surf-Hadenkreuz dir anguckst, da wo wir vorhin durchgegangen sind, bei Einstellungen da. Ich habe da echt, da hast du ja zwei Kreise. Einmal den großen, einmal der reinzoomt, ne? Ich habe nur einen großen Kreis, das war's. Den habe ich nicht. Ja, du hast halt mit dem Minimalistik-Mod zu tun. Ja, natürlich, du dreckiges Mistfiel, Serbe. Ja, Alter, was ist denn kaputt? Dieses Team! Ach, geh doch weiter, Junge. Ja, und da kommt schon ein Aal, oder was?